Musik 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 Ja, aktuell versuchen wir ein paar taktische Sachen den Spielern jetzt schon mitzugeben, damit wir das jetzt, wenn eben die Testspiele beginnen, damit man das auch direkt anwenden kann. Sonst spult man einfach diese Spiele so ab. Das machen wir jetzt gerade diese Woche, nachdem ja eben die letzte Woche im Zeichen der körperlichen Fitness stand. Das haben wir jetzt gemacht, aber wir versuchen natürlich auch viel individuell zu arbeiten, also durch irgendwie ein Wurftraining, weil es fehlen eben noch wichtige Spieler, sei das Abwehrchef Lemke oder Julius Kühn, also Rückraumspieler, das heißt, da kann man jetzt auch noch nicht allzu viel machen. Ja, wir haben uns leider selber zuzuschreiben, dass wir so wenig Spiele haben, also wir sind leider aus dem Pokal, sowohl DHB als auch der EF Pokal, rausgeflogen. Deshalb ist die Rückrunde etwas entzerrt bei uns. Das gibt uns aber die Möglichkeit, in jedem Spiel Vollgas zu geben. Da ist keine Ausreden mehr mit Überbelastung oder sonst irgendwas. Wir haben viele Heimspiele noch und die wollen wir natürlich alle gewinnen. Und dann hoffen wir oder wollen wir auch eventuell mal eine Überraschung auswärts schaffen. Aber dadurch, dass wir wirklich jetzt nicht mehr so viele Spiele haben, bereiten wir uns für jede einzelne sehr gut vor und wollen so erfolgreich wie möglich sein. Ja, Teil der Vorbereitung ist ja auch, dass man sich darauf einstimmt. Wir haben, denke ich, in der Vorrunde Punkte liegen lassen, haben aber auch Highlights gehabt, wie zu Hause die Siege gegen Kiel oder auch gegen die Rhein-Neckar-Löwen oder Hannover. Das zeigt natürlich auch wiederum, dass wir in der Rückrunde dort spielen müssen. Also wir müssen einen guten Start machen, zu Hause gegen Leipzig, auch ein direkter Konkurrent um die Plätze. Und haben dann auch die Aufgabe natürlich, weiterhin Heimspiele zu gewinnen. Das ist ganz wichtig. Und dann halt auch irgendwann mal einen rauszuhauen. Ob das dann in Kiel, in Flensburg oder in Hannover ist, das müssen wir sehen. Aber wir haben alle Möglichkeiten, unser Saisonziel zu erreichen. Und da sollten wir alles reinhängen. Ja, alle Spieler, die jetzt aktuell hier sind, die sind auch tatsächlich fit. Inklusive auch denen, die bei der EM sind. Also tatsächlich, im Moment haben wir meines Wissens gar keine Verletzten. Na ja, jeder Trainer hätte natürlich gerne die komplette Mannschaft in der Vorbereitung. Das ist ja bei uns so, dass ganz wichtige Spieler jetzt die ganze Zeit fehlen. Ob das Maric ist, Simic war oder jetzt die drei deutschen Nationalspieler. Das hindert uns natürlich an taktischen Trainings. Aber die Spieler, die da sind, müssen jetzt gucken, dass wir in der Kleingruppe was machen. Dass wir schauen, dass die Spieler, die hier sind, jetzt auch sich gut vorbereiten. Und ich habe immer gesagt, wenn wir mal eine Spitzenmannschaft sein wollen, dann müssen wir eigentlich im Januar fast keinen Spieler mehr haben. Das war jetzt nicht ganz der Fall. Aber die wichtigsten fehlen halt auch oder viele wichtige. Von dem her ist immer ein Zwiespalt zwischen Freunden und Freunden natürlich, dass alle bei der Nationalmannschaft sind. Und zweitens ist es für uns halt schlecht, dass die Spieler nicht komplett da sind. Wir haben jetzt vor zehn Tagen angefangen. Ein paar Einheiten in der Halle hier gehabt. Dann waren wir eine Woche jetzt im Trainingslager, viel Athletik gemacht. Zudem ist die Hälfte der Mannschaft noch nicht da. Also viel im taktischen Bereich können wir leider noch nicht machen. Aber das ist bei anderen Mannschaften auch so. Und wir werden jetzt den Deutschen die Daumen drücken, dass sie noch ein bisschen da bleiben können. Und wenn die dann zurückkommen, vielleicht ein, zwei Tage Pause hatten, haben wir noch genug Zeit, um uns dann auf Leipzig gut vorzubereiten. Und dann geht es rund in der Rückrunde. Und dann geht es um die Hälfte der Mannschaften.